hallo ihr lieben alle ich melde mich von der leipziger buchmesse das heißt im moment aus meinem auto weil ich jetzt gerade eine kleine mittagspause mache ich bin fix und alle und ja umgeben von büchern ich befürchte ich habe es etwas übertrieben wenn ich jetzt das hier einmal so filme also in den taschen in den koffern unter dem umhang hinter der tasche überall bücher 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 es ist total klasse hier es ist total toll ich habe meine lieblingsautoren und autorinnen schon getroffen und bin super happy dass die mich auch wieder so herzlich empfangen haben und bernhard hennen getroffen torsten weize sam feuerbach greg walters mira valentin tarjo ich bin überglücklich und sehr sehr müde aber happy in den nächsten wochen werde ich dann mal wieder keine bücher kaufen weil ich einfach ja hier doch sehr zugeschlagen habe mehr als ich eigentlich wollte aber dafür fällt halt dieses jahr der urlaub aus